Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 18. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 291. Und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Ein Nachtrag, ein schadhafter Link, Sky Go Free, Morhuhn, Carplay, YouTube, WhatsApp, Fritzbox und WordPress. Gleich zu Beginn ein Nachtrag. Etwas, was wir eigentlich eher beim News-Format vom Geek Talk beim Mutter-Podcast machen, aber hier jetzt nötig ist. Denn ich habe euch gestern erzählt und war richtig euphorisch und erfreut, dass OneDrive in der privaten Version eine Wiederherstellungsfunktion einführt. Quasi ein Backup für mich und euch natürlich, Nutzer. Dem ist leider nicht so. Die News ist auch nicht neu. Das kursiert ja irgendwie doof durchs Netz. Und der eine hat vom anderen abgeschrieben und ich dann auch darüber berichtet, leider. Das Ganze kommt, die Wiederherstellungsfunktion, aber für die Business-Geschichte. Schade, unschön. Und ja, liebes Microsoft, bringt das auch für die privaten Nutzer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aufpassen müsst ihr aktuell mit Links. Und zwar solche, die euch via iMessage zugeschickt werden. Denn es gibt wieder mal so einen komischen Link, der euer iOS-respektive macOS iMessage und teilweise anscheinend, wie gewisse Nutzer sagen, auch den kompletten Mac abstürzen lassen. Das Problem ist, dass sogar schon in der Vorschau-App, also in der Vorschau-Geschichte, die ihr für die Messages nutzt, das Ganze genügt beim Ankommen, um das iMessage abstürzen zu lassen. Somit, wie ihr das umgehen könnt, solltet ihr mal so einen Link zugeschickt bekommen haben. Link bei uns auf daily.geektalk.ch bei der 02.91 zum Nachlesen, wie ihr darauf reagieren könnt, sofern ihr betroffen seid. Es gibt einen sogenannten Staatsreinaner SkyGoFree, wurde in Italien programmiert und dient der Polizei und der Geheimdienst, eben vom genannten Land, dazu, verschlüsselte Dienste wie zum Beispiel WhatsApp zu überwachen. Eigentlich ist es nicht möglich, bei End-zu-End-Verschlüsselungen reinzukommen, aber es gibt leider eine Google-API, die es ermöglicht, auf eure Geräte zuzugreifen und dann eben, ja, mitzulesen, was ihr so schreibt, Mikrofon zu aktivieren, etc. Noch deutlich mehr. Unbedingt anschauen, den Link dazu, wenn sie interessieren, wer auf Android unterwegs ist. Mein Reiner wird sich da noch ein bisschen mehr einlesen in den nächsten Tagen. Es kommt zurück, dass irgendwann, keine Ahnung, wo ich noch jünger war, Spiel Moorhuhn, ging ja damals rum und musste, wollte jeder haben, auf seinem PC damals noch. Jetzt soll das ganze Spiel in VR kommen. Wie das auszuschauen hat, einen Link dazu zum Trailer in VR, findet ihr bei uns in den Shownotes. Wie findet ihr das? Freut ihr euch drauf? Seid ihr so reifer, dass ihr das Spiel noch gekannt habt? Oder ist das an euch vorbeigegangen, weil ihr noch zu jung wart dafür? Lasst es uns doch über die Kommentare und oder Social Media wissen. Wir würden uns freuen darüber. CarPlay kommt jetzt auch bei BMW. Eigentlich eine erfreuliche Geschichte, wäre da nicht die doofe Abo-Funktion, denn die Leute bei BMW, denen fällt nichts Besseres ein, als das Ganze über eine Abo-Funktion einzuführen. Irgendwie um was die 110 Euro für 12 Monate oder 300 Euro für 36 Monate kostet euch das, damit ihr das drauf habt. Aktuell wäre es gescheiter, würdet ihr das Gerät, das Auto in den Staaten kaufen, wenn das denn so einfach wäre, denn da gibt es das noch nicht mit diesem Abo. Kommt ab 2019, aber auch global spricht dann auch in den Staaten dazu. Und schön, unschön. BMW, das hätten wir besser machen können. Google respektive YouTube will weniger Geld verdienen und oder es ein bisschen schwieriger gestalten, über YouTube Geld zu verdienen, denn bis anhin brauchte man 10.000 Views auf all seinen Videos und dann konnte man seinen Kanal monetarisieren. Es ist nur so, dass irgendwie 99% derjenigen, die monetarisieren, pro Jahr weniger als 100 Dollar damit verdienen und somit eigentlich nicht unbedingt ganz doof, wenn YouTube da ein paar Leute rausnimmt, denn ja, im Hintergrund braucht das natürlich auch Abrechnungen auf Statistiken etc. und dann natürlich auch die Überweisungen schlussendlich. Ja, ich bin mal gespannt, ob meiner rausfliegen wird. Zwei Kriterien müssen neu gegeben sein. Über 1000 Abonnenten, das hätte ich im Pogipsi Network. Das zweite ist, in den zurückliegenden 12 Monaten mindestens 4000 Videostunden. Ich muss mal in meine Statistiken reinschauen, ob ich da rausfliege. Zumindest das erste Punkt ist gegeben. Mal schauen. Mehr dazu im Geek Talk, dem News-Format www.geektalk.ch in der nächsten Folge, respektive nächsten Woche soweit. Bei WhatsApp gibt es jetzt Neuigkeiten im letzten Sommer angekündigt. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen und jetzt endlich freigeschalten. Ihr könnt, wenn ihr via WhatsApp jemanden einen YouTube-Link schickt, kann der gegenüber und natürlich auch ihr, wenn ihr welche erhaltet, Videos direkt im Browser anschauen, geht dann so ein Zusatzfenster auf, das ihr mit Pinch-to-Zoom vergrössern könnt, abschießen, schliessen und so weiter. Das erhöht natürlich die Verweildauer auf WhatsApp des Nutzers und bringt den Nutzer nicht dazu, abzuwandern und vielleicht dann eben nicht mehr zurückzukommen. Für die WhatsApp-Nutzer sehr praktisch. Für Google bin ich das gespannt, wie sich das auswirkt auf die Verweildauer auf der iOS-Version, respektive Android-Version. Je nachdem, was ihr da nutzt. Über die Facebook-Seite von AVM gab es einen kleinen Hinweis, einen kleinen Leak zum kommenden Fritz OS 7 Update, was irgendwann in dem Jahr, glaube ich, noch raus, nächsten Jahr rausfallen wird. Also einfach der nächste große Schritt, der kommen wird. Und da ist anscheinend drin, dass sie es andenken, zwei Router in ein Mesh-WLAN einzubinden. Das klingt dahingehend spannend, da ihr darüber dann auch deckt und weitere Dienste, die eigentlich nur im Hauptgerät drin sind, über das Mesh-Netzwerk auch auf den zweiten Router oder Verteiler bringen könnt. Ich bin ja mal gespannt und würde mich freuen, wenn sowas kommt, denn bei mir gibt es die Situation mit den zwei Geräten, die ich gerne integriert hätte haben wollen. Für all diejenigen, und das ist die letzte News für heute, die mit WordPress unterwegs sind, sei es einen Blog haben, einen Podcast haben oder sonst einen Shop in ihrer Seite haben, die das auf WordPress aufgebaut haben, schaut rein, wenn ihr nicht das Auto-Update aktiviert habt, denn es gibt die 4.9.2, die neueste Version, ein Update mit insgesamt 21 Fehlern, die behoben worden sind, inklusive auch potenziellen Sicherheitslücken. Somit, wenn keine Auto-Updates aktiviert sind, solltet ihr das unbedingt tun. Und liebe Hörer, denkt daran, vorher ein Backup zu machen. Von der Datenbank, aber natürlich auch vom Inhalt. Wäre nicht das Dürfste. In diesem Sinne, macht mir Backups, wieder mal. Euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag und ich würde mich freuen, euch morgen am Freitag wiederzuhören. Somit wünsche ich euch bis dahin alles Gute, euer Pogipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!